hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ich muss mal eben jetzt vergessen kurz reinhören ob wir tun alles ja hallo und herzlich willkommen zu minecraft 7 wir sind gerade bei vorbereitung dabei vorbereitung me das muss da alles noch durchgeknallt werden wir müssen meine ersten sachen hier ausholen damit wir ein bisschen strom kriegen aber nur ein bisschen ganz kleines bisschen das kann durch das dummer verkauft werden dünger ist immer gut hier haben wir auch noch die kuhn drin ja hauptsache es macht erstmal was jetzt haben wir schon wieder kein strom mehr wir hatten doch so viel brot ein bisschen strom herstellen eigentlich ach ja dann müssen wir uns um generatoren kümmern ganz viele generatoren das ding hier das zieht unglaublich viel strom weiß nicht ob man das abbauen kann dass der strom drinnen bleibt ja pink generator hier wollte ich kann nicht hin oder nein dann haben wir hier noch einmal kurz das hier können wir ausnehmen ich weiß das ist langweilig aber naja muss hier nun mal auch mal gemacht werden das hier können wir auch mal durchmachen oh warte mal wir können da doch auch die die Seeds mit durchhauen ne das kann ich glaube ich auch mit durch das hier können wir da durchmachen das kann ich auch mit durchwählen und damit die Seeds mit durchmachen könnten das wäre natürlich ja perfektomatik das ist alles durch ja das läuft auf jeden fall so ein bisschen so ein paar sieht es mit das wir werden da nicht mal reinpassen so oh gehe hier nicht danke bitte so den kann man da auch durchmachen so jetzt haut er da erstmal ein bisschen knoppenweh raus und wir hoffen dass wir mal ein bisschen rot nachkommt gut sehr schön gut dann ah ne vorher gar nicht vorhin bis eine etage höher sortieren bitte das ist ja auch schon ordentlich was durchgekloppt das ist ja nicht viel aber das kommt wahrscheinlich wenn wir den da reingemacht haben eigentlich müssen wir nochmal gucken ob wir nicht nochmal so ein paar Kürbisse oder sowas anpflanzen damit wir Kürbiskuchen kriegen wohl dann bräuchte ich wieder Hühner also hm habt mein nicht auch so ein Schleimgenerator mhm hm 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 Gesundheit glaube ich? Achso. Billig? Okay. Was für Generatoren haben wir denn nur? Generatoren. Wir hätten uns auch schon längst herum kümmern können, aber... Basic-Generator. Ah nee, das ist ja wieder was anderes. Bio-Full haben wir unten. Ich meine, da könnte ich auch noch einen anschließen, das würde auch gehen. Slimy. Ach, das war der. Alles klar. Chyp, chyp, chyp. Poison-Generator. Was mache ich? Oh, Bücher. Das war der hier, ne? Okay. 51. Ich meine, ein paar Bücher habe ich ja. Ach, ja, ich weiß, warum ich den nicht hergestellt habe. Ach nee, das haben wir jetzt. Ah. Explosions. Frosty. Ja, Frosty haben wir ja. Haben wir denn noch Eis? Oder Snowboards? Snowboards haben wir nur da. Ja. Also das heißt, da könnten wir eigentlich auch ein bisschen Energie herstellen. Hm. Falls ich nur wo ich den hingepackt habe. Hm. Ja. Latex. Die könnten wir auch. Frosty. Das ist noch ein Generator schon gemacht. So. So. Da konnte man wieder nicht nehmen stehen, ja? So. Machen wir den einmal. Den einmal. hier den Frosty daneben. Da brauchen wir Energie ohne Ende. So. Warte mal. Wir könnten den Bevel machen. Das reicht ja erstmal. Ist das wohl Bevel? Ja. Hehehehe. Natürlich geht das nicht. Haben wir vorhin nicht noch so viel? Wege davon gehabt? Na ja. Egal. So. Und jetzt sehen wir. Einmal kurz ein bisschen Impro gesehen hier. Warum packst du den da hin? Ja. So. Nein. Nichts Mama. Es gibt Hellin. Wir haben ein Spiel aus Miesers. Was? Hellin ist in diesem Film. Und in Miesers Film gibt es auch Hellin. Ah. Ah. Ja. Okay. Und das gibt es auch ein großes Hellin. Yay. Du weißt doch noch Miesers spielen mit Hellin. Ja. Das weiß ich noch. Klar. Ja. Das weiß ich auch noch. Ja. Und Hellin war doch dein Wasser gerade mit deinem Seil hochzulegen. Das kann ich nicht. Ah ja. Okay. Gut. Machst du hier auch bitte wieder Tür zu? Das wäre wundervoll. Generatoren. Explosions. Frusti. Halli. 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 Den sollten wir mitmachen. Da fehlt uns aber alles. Sehr schön. Okay. Mietgenerator. Biogenerator. Biogenerator. Können wir auch nicht so sehen, was der macht. Ich glaube, mit dem Fährte leise irgendwie. Irgendwie so. Biogenerator. Machen wir den nochmal einen Kurs. Weil Kohle haben wir ja auch noch ein bisschen. Kohle könnten wir auch gleich mitnehmen. Ah ja, ich bin... Jetzt komme ich ja nicht runter. Ähm... Ja, ja, ich weiß. Ähm... Stromkabel. Gas. Wir hatten es letztes Mal was für die Stromkabel. Oder... Ka... Kabel. Kabel. Ich bin doch nicht blind. Nicht? Bist du nicht blind? Wann sollte du gar nicht sagen, Kabel? Logik? Ne, wir haben keine Stromkabel mehr. Mist. So, ich schick sie ins Bett. Begeneration. Wo sind unsere Kabel? Okay. Es hat so, jetzt bin ich nicht. So, ich versuche ja noch die Stromkabel. No. Und dann ist es fertig. Aber, was graphene ist das Kabel. Also ist es fertig. Okay, ich hab schon mal weiter. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Okay, also noch ein bisschen. Aber, wo ist das Kabel? Okay, was stellt ihr denn näher, das soll ich vielleicht mal vorgucken, wie näher, ich hab das heute nicht mehr geschissen. Okay, gut. Ja doch, geht doch nicht weg. So, produziert erst mal. Da müssen wir jetzt einfach noch mal zu kalten, da ein bisschen Knochenmehl, abstauben wieder. Ja, es tut mir leid. Dann müssen wir unsere Generatoren machen, dann brauchen wir eigentlich Uranium. Oder? War das? Ne, Uranium war das. Ich sehe nichts. Was kommen wir noch? Warte mal, jetzt mal kurz alles zum Rucksack. Ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, das war zu viel. Okay, ist das gemacht. Okay. Okay. Ein bisschen mehr. So, da kommt auch noch ein bisschen was mit. Die Plöner kann ich jetzt vollkommen leer. Ich muss ein bisschen Energie haben. Ich muss mit der Vorbereitung anfangen können hier. Ja, das muss ich jetzt haben. Sonst habe ich bald die Arsch gerade da. Habe ich jetzt eigentlich schon. Ja. Ich muss auch alles gemacht werden. Grafit brauche ich dafür. Was war das? Grafit. Was ist überhaupt so geschehen? Kohlebraten. Okay. Ich brauche Kohle. Was soll es? Ich brauche Kohle. Ich brauche ganz viel Kohle. Ich brauche ganz viel Kohle. Ich brauche was essen. Ich hoffe doch. Was heißt sehr gut kühlt. Okay. So. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Grafit machen. So. Äh. Okay. Äh. Warte. Jetzt machen wir erstmal ein kurzes Essen rein. damit wir erstmal Strom haben. So. Essen. 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 Nochmal essen. 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 So. Dann packen wir hier. Noch die Knochen rein. Knochen, 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 knochen. Anziehen knochen. Oh. Jetzt. Sehr schön. Knochen, knochen, knochen. Knochen, knochen. jetzt ein bisschen bis der durchlaufen ist das war es dann auch schon wieder mit der folge Wir sehen uns dann in der nächsten Ciao